Hallo zusammen, mein Name ist Michael Wittmann und in meinen Videos nehme ich euch ja immer ein Stück weit mit in mein Leben. So habe ich euch vergangene Woche zum Beispiel zu meiner Impfung nach Remchingen mitgenommen, wo ich mit dem Wirkstoff von AstraZeneca gegen Covid-19 geimpft wurde. Genau gesagt, das war die erste Impfung durch meinen Hausarzt in Baden-Württemberg. Da sind ja zwischenzeitlich die Impfungen gegen Covid-19 mit AstraZeneca durch Hausärzte freigegeben. Wobei, wenn ich die Medien richtig verfolgt habe, sind auch zwischenzeitlich die anderen Impfstoffe zum Verimpfen durch die Hausärzte freigegeben. Da hapert es aber wohl noch so ein Stück mit der Zuweisung der verschiedenen Mittel an die Hausärzte. Es sind halt wohl einfach immer noch nicht genügend Impfstoffe für alle verfügbar. Jetzt sind zu dem Video einfach noch ein paar Fragen aufgetaucht. Und da habe ich mich dazu entschlossen, die diese Woche einfach mal noch mit zu beantworten. Die häufigste Frage, die mir gestellt wurde, sowohl online als auch offline, also im wahren Leben, ist die Frage, wie geht es dir denn? Beziehungsweise, wie waren denn so die Tage für dich nach der Impfung? Und da kann ich eigentlich ganz kurz sagen, ja, mir geht es ganz gut. Ich habe die Impfung tatsächlich alles in allem recht gut verkraftet. Im Detail heißt das, ich fühlte mich an dem Samstag, so ab Nachmittag, dann doch schon ein bisschen müde, ein bisschen erschöpft. Und bin an dem Abend auch recht früh ins Bett gegangen, also schon so kurz nach 22 Uhr. Die Nacht war ein bisschen anstrengend. Die fühlte sich für mich so an, als hätte ich so eine, vielleicht kennt ihr das, diese Kurzzeitkrippen, so diese zwei- oder drei-Tage-Krippen, die man ja gern auch mal bekommt, wenn man eigentlich nicht krank werden kann. Und dann am Wochenende haut es einen dann plötzlich rein. So fühlte sich das ungefähr an. Also das heißt, ich hatte Kopfschmerzen, ich habe, also ich fühlte mich ganz heiß. Mein Bett war auch ordentlich durchgeschwitzt. Ich hatte die ganze Nacht richtig Durst. Also ich bin dann irgendwann nochmal aufgestanden und habe mir eine Kanne Tee gemacht, die ich dann tatsächlich auch so über die ganze Nacht hinweg leer getrunken habe. Von durchgängigem Schlaf war da natürlich nicht zu sprechen. Also ich bin immer wieder aufgewacht, habe mich hin und her gewälzt. Ja, habe zwischendurch dann auch mal Fieber gemessen. Und ich hatte eigentlich nur erhöhte Temperatur. Dafür fühlte sich mein Körper aber relativ steif an. Also so dieses klassische Grippe-Gefühl, dass man halt eben mit so einer kurzen Kurzzeitgrippe hat. Also ich habe an dem nächsten Morgen recht lang geschlafen, muss man auch dazu sagen. Also ich bin so kurz vor Mittag tatsächlich erst aufgewacht, weil so der richtige Schlaf überkam mich dann erst so in den Morgenstunden. Und nachdem ich dann aufgewacht war, fühlte ich mich eigentlich schon so weit wieder fit. Also auch die erhöhte Temperatur war dann schon wieder weg. Ich habe da dann nochmal Fieber gemessen und lag dann schon wieder irgendwo so bei 36,2 oder irgendwie sowas. Wobei in der Nacht, als ich Fieber gemessen habe, war meine Temperatur auch tatsächlich nur leicht erhöht. Irgendwo so im Bereich 37,6. Also noch weit weg von dem, was allgemein als besorgniserregend angesehen wird, ging es mir da ganz gut. Ich habe am nächsten Tag noch so ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, auch so diese Gliederschmerzen blieben mir dann noch. Wobei ich nicht weiß, ob das nicht vielleicht einfach daher kam, dass ich mich ja in der Nacht doch so ein bisschen hin und her gewälzt habe in meinem Bett. Kann auch gut sein. Und ich fühle mich tatsächlich auch noch ein bisschen schlapp. Also genauso, wie es einem halt tatsächlich geht, wenn man eine Grippe durchlebt hat. Habe den Sonntag auch entsprechend nicht allzu viel gemacht. Wollte eigentlich noch das Video schneiden für den Vlog. Also das ich aufgenommen habe. Habe dummerweise festgestellt, dass ich mein Kabel von der Kamera zum PC im Büro liegen gelassen habe. Habe also dementsprechend nochmal einen kleinen Spaziergang unternommen ins Büro und wieder nach Hause. Und das hat mir tatsächlich richtig gut getan. Also so diese Bewegung an der frischen Luft, sehr, sehr erholsam. Das ist, glaube ich, allgemein immer so ein Tipp bei Krankheiten, dass wenn man so auf dem Weg der Besserung ist, dass man sich da einfach bewegt. Aber das wisst ihr alles. Die Tage danach habe ich dann eigentlich keine weiteren Anzeichen an mir bemerkt. Außer, dass ich mich so Montag, Dienstag immer noch ein bisschen steif fühlte. Aber insgesamt ging es mir da immer sehr gut. Ich habe natürlich sehr kritisch nach den bekannten Anzeichen, also wie diesen leichten Blutpusteln bzw. diesen Blutflecken, die man ja im Fall einer Thrombose bekommt, an mir Ausschau gehalten. Da das ja einer der bekannten, sehr seltenen Nebenwirkungen vom AstraZeneca-Wirkstoff ist, war aber natürlich nichts zu entdecken. Das Risiko, das zu bekommen, ist auch tatsächlich sehr gering. Kopfschmerzen hatte ich dann eigentlich vielleicht in dem Maß, wie ich sie sonst eigentlich auch habe. Sprich, wenn ich zu lange am PC sitze oder wenn ich zu konzentriere, auf irgendwie was schaue, dann kriege ich vielleicht mal. Oder auch dann hatte ich noch so leichte Kopfschmerzen. Aber nichts, was ich für meine körperliche Erfahrung als besonders oder außergewöhnlich beschreiben würde. Das Ganze hält jetzt natürlich auch schon die ganze Woche an. Also auch heute fühle ich mich eigentlich quitschelfidel, also ganz gut. Kann insofern da nicht klagen. Kann dann nur sagen, ich habe das Ganze mal von der ersten Nacht abgesehen, sehr gut vertragen. Und auch diese Krankheitsgefühle in der ersten Nacht, die waren durchaus zu erwarten. Das ist ja so ein Anzeichen dafür, dass der Körper tatsächlich mit dem Impfstoff was anfängt und hier Abwehrmaßnahmen aufbaut. Alles in allem vertretbar und ja, kein Thema. Ja, das bringt mich auch zur nächsten Frage, die mir immer wieder mal gestellt wurde, unter anderem auch unter meinem Video. Warum habe ich ihn ausgerechnet dazu entschlossen, mit dem AstraZeneca-Wirkstoff impfen zu lassen? Und da gibt es eigentlich zwei Antworten. Die kurze Antwort ist, es war der Wirkstoff, der für mich verfügbar war. Und das führt mich zur langen Version. Das heißt, das Ganze ist ja auch so ein Thema der Risikoabdeckung. Auf der einen Seite hatte ich mir schon recht früh im Rahmen der Pandemie den festen Vorsatz vorgenommen, dass ich mich impfen lassen werde, sobald ein Wirkstoff sich auf dem Markt etabliert hatte. Also Vorsatz für mich war, ich gucke mir da die Entwicklung entsprechend ungefähr vier Wochen an und dann nehme ich die erste Möglichkeit, die sich mir bietet. Und genau so habe ich jetzt auch tatsächlich gehandelt. Aufgrund der Priorisierung über die verschiedenen Alters- bzw. gefährdeten Gruppen war ich ja ohnehin nicht gleich an der Reihe, um geimpft zu werden. Und sobald dann hier in Baden-Württemberg die Freigabe des Impfstoffs von AstraZeneca über den Hausarzt bekannt wurde, habe ich mich hingesetzt, habe meinem Hausarzt eine E-Mail geschrieben, so wie er es sich auf seiner Webseite auch gewünscht hat. Er hat gesagt, hier, Wirkstoffe sei jetzt freigegeben, trag mich doch bitte in deine Liste mit ein. Und umgehen kam dann, also nach zwei Tagen, kam dann auch schon die Antwort, ja, diesen Samstag großes Impfen in Remching. Da war dann für mich klar, ja, das ist der AstraZeneca-Wirkstoff, der mir da verimpft wird. Für mich persönlich war das aber auch tatsächlich kein Thema, mich mit AstraZeneca impfen zu lassen, weil ich schon im Vorfeld eine Risikobewertung, müsste man da eigentlich sagen, durchgeführt habe. Also das heißt, ich habe mir natürlich ganz genau angeschaut, was für Nebenwirkungen treten da tatsächlich auf. Also das Thema der Sinuswellenthrombosen, das ja durch die Medien ging und das auch für große Verunsicherung bei vielen Leuten gesorgt hat. Ich habe mir aber auch angeschaut, wer war denn tatsächlich von diesen Nebenwirkungen betroffen und wie äußern sich die? Und habe festgestellt, okay, es gab, ich glaube, 24 Fälle in Deutschland seit der Zeit bei irgendwie sowas wie, ich glaube, einer Million oder anderthalb Millionen verimpfter Dosen. Und von diesen 24 Fällen ist, glaube ich, nur eine einstellige Anzahl von Personen gestorben. Ganz genau bringe ich das jetzt auch nicht mehr hin. Aber das bedeutet, es ist tatsächlich nur eine sehr geringe Menge von Personen, die das Ganze dann als Nebenwirkung nicht überlebt haben. Und es gibt entsprechend klare Anzeichen, eben diese Blutung, die man dann entsprechend auf der Haut sieht. Das scheint wohl wie so kleine Blutringchen, die sich dann in Mehrzahl auf der Haut bilden. Was man dementsprechend dann als Alarmhinweis nehmen kann, plus sehr verstärkte Kopfschmerzen. Und ich habe mich natürlich auch entsprechend vorbereitet. Also das heißt, ich hatte Freunde, die genau instruiert waren für die Nacht oder für die Tage danach, wo ich gesagt habe, hey, wenn es mir schlecht geht, würde ich mich einfach bloß ganz kurz bei euch melden. Kommt dann vorbei, bringt mich ins Krankenhaus oder lasst uns gucken, was da dementsprechend passiert. Ja, wir müssen da eventuell schnell reagieren. Das war so eine doppelte Risikominderung für mich. Gleichzeitig hatte ich natürlich in meinem Telefon die Rufnummern von meinem Hausarzt und auch die Notrufnummer entsprechend nochmal hinterlegt. Also wäre im Fall eines Falles sicherlich schnell dazu in der Lage gewesen, ganz schnell medizinische Hilfe für mich anzufordern. Also fühlte mich da eigentlich gut vorbereitet. Hatte also das Risiko ein gutes Stück für mich minimiert. Zumal auch die Statistik für mich sprach, da die meisten Fälle und insbesondere die Fälle, die tödlich ausgingen, Frauen betraf, die in so einem mittleren Alter waren. Muss mir da jetzt eingestehen, ich gehe jetzt doch schon bald auf die 50 zu Fall, dann einfach aus dieser Risikogruppe auch schon wieder heraus. Das Ganze ist aber natürlich auch so eine Motivation gewesen, warum ich gesagt habe, Mensch, wir haben trotz allem, also trotz dieser großen Fortschritte in der Lieferung mit Impfstoffen einen gewissen Mangel an Impfstoff, die wohl deutlich sicherer sind. Gerade der Wirkstoff von BioNTech scheint ja wohl sehr gut verträglich und sehr sicher über alle Altersgruppen hinweg zu sein. Für mich ist aber dieser AstraZeneca-Wirkstoff mit einem erheblich geringen Risiko verbunden als zum Beispiel für Frauen irgendwo so in einem mittleren Alter. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir im Moment gerade nicht in der Situation sind, wo wir sehr viel Zeit haben, um uns groß Gedanken zu machen, wie wir denn mit der Pandemie weiter umgehen. Also zeitliche Verzögerung können wir uns hier eigentlich nicht erlauben. Zum einen tut uns das wirtschaftliche Moment gerade nicht gut. Auf der anderen Seite spüren wir aber auch gerade durch die Maßnahmen einige gesellschaftliche Spannung. Also ich persönlich fühle mich da immer so ein bisschen schlecht, wenn ich merke, wie Kinder und Jugendliche halt im Moment gerade wirklich so ein Problem haben, ihr Leben zu leben und ihre Ausbildung bzw. ihre ganze Schulzeit und Studium und vielleicht tatsächlich auch Berufsausbildung anzugehen. Da darf man dann einfach, wenn man schon älter ist und in einer wirtschaftlich doch etwas entspannteren Situation sich dann nicht groß dem Zögern hingeben und sagen, will ich das jetzt wirklich, was ist, wenn ich da jetzt zwei Tage irgendwo flachlege? Dann muss man, glaube ich, auch die notwendige Solidarität mit den Jüngeren zeigen und sagen, okay, am Ende zählt es nur, dass so viele von uns wie möglich geimpft sind. Ich lasse mich gleich impfen. Dann haben entsprechend die Jüngeren Platz. Durch meine Impfung schütze ich vielleicht auch noch entsprechend andere Leute, die sich aus irgendwelchen Kunden nicht impfen lassen wollen oder nicht impfen können. Ja, also es geht hier ja auch um diese Ausbreitung des Virus an sich, die man durch eine größere Impfdichte herbeiführen kann. Also insofern gibt es da keinen Grund, entsprechend zu zaudern und zu zagen, sondern Butter bei die Fische möglichst schnell einfach impfen lassen. Das war jetzt die lange Version, warum ich mich da für AstraZeneca entschieden habe. Wenn ihr euch allerdings nicht ganz sicher seid, ob ihr euch mit AstraZeneca impfen lassen wollt, dann glaube ich auch, dass ihr durchaus das Recht habt, euch nicht damit impfen zu lassen. Impfen ist tatsächlich so eine Vertrauenssache. Bevor ihr da irgendwo einen Angstfaktor habt und vielleicht dann lieber aufs Impfen ganz verzichtet, dann sucht euch eine Möglichkeit, euch mit einem Impfstoff, den ihr vertraut, also BioNTech oder, ja, ich glaube, der Johnson & Johnson hat ähnliche Nebenwirkungen wie AstraZeneca, aber wählt dann lieber den Wichtiges, dass so viele Menschen wie möglich tatsächlich geimpft werden. Ich habe übrigens, nicht, dass ich daran glauben würde, aber ich habe mal geguckt, ob ich jetzt irgendwelche Radiosignale aussende. Und nein, ich bin jetzt nicht dazu in der Lage, als 5G-Repeater zu fungieren. Ich bin für mich das lebende Beispiel dafür, dass alle Leute, die irgendwo vom Chippen über den Impfstoff absoluten Bullshit erzählt haben. So, dann wurde ich auch noch gefragt, was ich denn meinte, als ich in meinem Video gesagt habe, dass diese ganze Impfaktion wesentlich unspektakulärer ablief, als ich ursprünglich angenommen habe. Und das ist mir tatsächlich auch erst mit der Frage nochmal so richtig bewusst geworden. Ich hatte mich im Vorfeld tatsächlich so ein Stück weit darauf eingestellt, dass das so abgeht wie, ja, zum Beispiel meine Erlebnisse als Dauerblutspender im Krankenhaus oder auch, wenn man zum Beispiel im Krankenhaus oder in der Grippesaison oder so bei seinem Arzt steht, dass dort einfach sehr viel los ist, dass die Leute sehr ungehalten und sehr, ja, aufgeregt sind und sich dementsprechend natürlich auch über das Personal dort ständig aufregen und auslassen und dementsprechend natürlich durch ihr Verhalten alles immer noch deutlich schlimmer machen. Und dem war überhaupt nicht so. Es kam vielleicht in meinem Vlog schon so ein bisschen durch, aber ich war wirklich hochgradig beeindruckt, wie das Ganze in sich organisiert war. Das fing an bei dem Ordner, der mich schon vor der Tür von sich heraus angesprochen hat, was ich denn will, wo ich denn herkomme und mir dann eine ganz klare Information gegeben hat, wo ich mich anzustellen habe. Also für mich gar keine Frage offen blieb in dem Moment. Und das ging auch weiter, bis ich tatsächlich verimpft war, beziehungsweise sogar noch darüber heraus, bis ich entsprechend endgültig entlassen war. Also auch nach dem Impfen, als man mich dann in diesen Wartebereich mitgeschickt hat und ich dort einfach nochmal 15 Minuten auf dem Stuhl sitzen musste mit anderen Leuten, die halt vor mir oder kurz nach mir geimpft wurden, natürlich alle mit Abstand und wir hatten alle unsere Masken auf. Und wir dann aufgerufen wurden und dann nochmal in einem persönlichen Gespräch einfach die Frage gestellt wurden, wie fühlen sie sich, wie geht es ihnen, Ihnen geht es gut, okay, dann sehen wir uns in zwei Monaten zur zweiten Impfung wieder, danke, dass Sie da waren und tschüss. Das war toll. Und mir ist eigentlich aufgefallen, dass egal welche Art von medizinische Versorgung stattfinden sollte, so ein Vorgehen eigentlich der Standard sein sollte. Und ich glaube, die Pandemie ist ja jetzt auch so eine Situation, wo wir viel lernen und wo wir viel Sachen entdecken, wo wir vielleicht als Gesellschaft auch Fehler gemacht haben. Und wahrscheinlich ist so diese Kürzung bzw. das Messen an wirtschaftlichen Maßstäben im Gesundheitssektor so eine der Sachen, die wir für die Zukunft ändern müssen, auch wenn sie vielleicht für uns teurer werden wird. Das heißt nicht nur, dass wir dort entsprechend den Leuten im Gesundheitssektor mehr Geld bezahlen sollten. Ich wünsche denen natürlich alle, dass sie entsprechend ordentlich Geld verdienen, aber ich habe so meinen Eindruck, dass die Leute gar nicht so sehr aufs Geld gucken, solange die entsprechend eine halbwegs gerechte Bezahlung bekommen, können die dann auch vielleicht ganz gut damit leben, dass sie einfach was für die Gesellschaft Wertvolles getan haben. Sprich, Geld ist für die kein großer Motivator. Wenn ich mir überlege, dass eine Impfung, so wie ich sie jetzt erlebt habe, tatsächlich mit 20 Euro bezahlt wird oder beglichen wird von der Krankenkasse. Und wie ich ja erfahren habe, waren das 500 Impfungen, die an diesem Samstag vorgenommen wurden. Sprich, da wurden in der Gesamtheit 10.000 Euro umgesetzt. Und bei der Menge von Personal plus die Halle plus die ganze Logistik, die außenrum passiert ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner gesagt hat, jetzt haben wir hier aber doch mal einen ordentlichen Batzen Geld verdient. Ich glaube, das ist insgesamt eher so eine Art Aufwandsentschädigung. Ja, ich hoffe mal kein Drauflegegeschäft für die Ärzte. Also ja, wobei das, wenn man die Kosten für die Halle berücksichtigt, wobei ich dann nicht weiß, was da wem in Rechnung gestellt wird oder ob überhaupt, dann denke ich mir einfach nur, dass es für alle Beteiligten einfach nur Dienst an der Gesellschaft, ja, vielleicht noch so ein bisschen Unkosten dabei rausbekommt, aber nicht wirklich viel Geld verdient. Für alle, und das waren ja durch die Bank weg, also qualifizierte Fachkräfte, für die war das sicherlich nicht mehr als eine tatsächliche Entschädigung. Und an der Stelle kann ich da eigentlich auch bloß nochmal sagen, danke, dass ihr euch da die Mühe macht. Wahrscheinlich heißt das für uns als Gesellschaft, wir müssen dem ganzen Gesundheitssektor mehr Geld zur Verfügung stellen und brauchen da auch nicht die große Angst haben, dass das Personal, das entsprechend dort leistet, das entsprechend nur tut, um möglichst viel Geld zu verdienen. Vielleicht sollten wir es uns einfach auch leisten, mehr Personal in dem Bereich zu beschäftigen und hier entsprechend den Stress für alle Beteiligten dadurch zu reduzieren. Und das funktioniert aber halt nicht, wenn man dort einen großen wirtschaftlichen Druck mit aufbaut. Ich hoffe mal, dass wir auch politisch so etwas in den nächsten Jahren entsprechend angehen. Für mich gilt da der Vorsatz, ich will da ein Auge drauf haben. Mir scheint es dann doch schon gesellschaftlich wichtig und jetzt zu einer der Learnings, wie man ja heute gern sagt, aus der gesamten Pandemie. Mehr gibt es zu diesem Video eigentlich jetzt auch gar nicht zu sagen. Wenn ihr Fragen an mich habt, was das ganze Thema Impfung angeht, beziehungsweise wie ich die Impfung erlebt habe, wie ich das empfunden habe, wie ich darüber denke, stellt mir die weiterhin gern unter meinen Videos hier bei YouTube. Deswegen danke ich euch natürlich an der Stelle auch ganz herzlich für eure tolle Unterstützung. Das heißt, ihr dürft dem Video gern einen Daumen oder wenn es unbedingt sein muss, auch nach unten geben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und Videos aus meinem Leben, dann abonniert doch gern meinen Kanal. Wenn ihr über die Neuerscheinung eines Videos informiert werden wollt, klickt auf die Glocke direkt daneben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video dann wieder mit einem Nicht-Corona-Thema aus meinem Leben. Bis dahin, danke euch und tschüss.